ja hallo leute willkommen zurück ja produktionsmarathon würde ich jetzt mal langsam nennen also ich versuche gerade angestrengt fertig zu bauen aber das ist so wie fehlt ständig irgendetwas das ist ja erst wenn man gegen goliath kämpfen würde ist das ich weiß nicht mein bruder glaube nicht jetzt schon mal sehr schön dass wir noch mehr beton brauchen ja 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 dann gehe ich noch mal in eine mine Ben ja mein Blümchen. es ist irgendwas fertig geworden die chemiebank ist fettig geworden so jetzt noch der kühlschrank die komposter und die solar kollektoren das ist alles was brauchen wir denn acht stück was brauchen wir denn Das war's. Das war's. Und die Höhle sieht leer aus. Ah, ne, da ist nur Eisen. Haben wir noch Holz da? Ne, ich glaub nicht, aber das kriegt man ja leicht. Ja, da muss ich erst Holz holen. Erst schlafen. Genau, erst schlafen. Ich komm grad aus. Ja, das ist schlafen. Ja, das ist schlafen. Ja, das ist schlafen. Das ist schlafen. Ja, ich lieg. Ich lieg auch. Ja, das ist schlafen. Ja, das ist schlafen. Ja. 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 Ja, das ist schlafen. Ja. 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 Ja, das ist schlafen. schlafen. Ja, das ist schlafen. Ja. 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 so mein kaboom ist fertig so, kühle, kühle, kühle hier ist auch nichts mehr drin außer Kohle ich will einfach sagen liebe, kühle, kühle 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Dach auch. Brauchen wir jetzt noch Silizium? Ja, Silizium haben wir genug, Eisen und Kupfer glaube ich auch für euch wieder. Ja, Eisen weiß ich, wo ich herbekomme. Ich bin auch gerade rechneimt holen. Erstmal jede Menge nämlich in den Durchgang. Kupfer, 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 Kupfer. Ich glaube Kupfer waren da auch noch ein, zwei Blöcke. Jede Menge. Hm. Hm. aber wir brauchen trotzdem noch etwas an Silizium ich brauch 60 Silizium pro Pendel da ist noch jede menge Silizium und Betonwischer drin einmal Eisen ist hier noch drin das war's dann ist hier auch leer ja Ich schaue mich an. das heißt dann habe ich jetzt schon mal für die dinger basern impositionsfaser und glas und die schruben müssten auch reichen das heißt ich brauche nur noch 120 platinen herstellen also eigentlich brauche ich dafür kupfer weil das gold müsste reichen 1 2 3 4 600 kabel das rei ja bitte so jetzt haben wir hier einmal zweimal ja okay so Okay. Ich bin jetzt einmal 100k Dings drin, was ist denn hier? So, 100 Beton gefunden, äh, fertig. So, da ist es fehlt nur noch der Beton, äh, der, ähm, die Platinen und der Stahl. So, Goldkabel habe ich schon mehr. So, Komposter. Das heißt, ich brauche ja 200 Beton, oh, ich könnte kotzen. Ja. Äh, wer hat mir meine Stahlbahnen geklaut? Ich ne, ich brauche keine Stahlbahnen. Na ja, let's go. Ja, dann brauchen wir doch noch Stein, Leute. Und Silizium wird dann auch nicht reichen. Mist, verdammter. Ja. Ja. Ich glaub's gar nicht, wie langweilig das ist. Ja. Ja, ich kann's nicht ändern. Da sind ja nicht mal Tiere auf dem Weg. Ja. 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 Ja, ich hol mir ja selber auch schon. Ich kann's ja nicht ändern. Wie kann man das alles nicht abbauen? Das ist ja ätzend. Teilweise musst du einmal draufschlagen und dann kannst du es auf einmal abbauen. Was ist das? Das war's. 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 the F referee. Das war's. Das war's. Das war's. As Awakening. Das war's. die andere Untertitelung des ZDF, 2020 das positive ist wir haben es ja fast geschafft brauchen ja nur drei dinge und er ist ein bisschen ja auch mal stein habe ich schon selber geholt aber silizium brauchen wir noch also jetzt erst mal das kupfer an zu holen weil das ist ja doch schon einiges heute haben wir auch keines mehr haben wir nicht gold gold kann ich auch noch mitbringen hier habe ich noch was warum haben wir dieses komposit zeug in diesem links da diese materialverarbeiter da brauche ich 40 stück von ich bin froh dass es nur 40 sind jetzt wäre die 72 schon da am laufen für die pendel so dafür brauchst du auch silizium ich sehe es 80 eisenherz und 40 ich muss hier mal ein bisschen eisenherz rausnehmen so 35 gold habe ich noch gefunden ok wie sieht das jetzt hier aus 1 2 3 3 2 3 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 13 15 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 15 40 was ja dann habe ich ja dann brauche ich ja auch noch das scheiß epoxids und links ja auch noch okay weil ich jemals die lize umsuchen damit endlich mal die folge bis dann tschüss so 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 so